Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute habe ich die niegelnagelneuen Tops. Ich hätte fast gesagt Matchchecks. Nein, es sind die Tops Turbo Attacks 2022. Holy Moly Leute, die Karten sehen wunderschön aus. Ich habe natürlich schon einige Bilder gesehen und heute sind sie endlich bei mir am Start und hier im Mega-Starter-Pack, was wir als erstes direkt hier auspacken. Das kostet übrigens Mega-Starter-Pack. Wo steht der Preis? Hier oben. 8,99. 8,99. Wir haben jetzt 20 Karten drin. Ich reiße einfach auf. Komm, die so rumschnacken. Ich reiße auf den Lachs und dann werden wir alles sehen. Wir haben hier einmal das Spielfeld, dann die Checkliste, also das, was hinten reinkommt. Und dann haben wir ein Sammlermagazin. Da will ich jetzt eigentlich ungerne durchschnökern, weil ich dann schon alle Karten sehe. Aber hier, die ganzen Produkte, Mega-Sammeldosen, Mini-Sammeldosen, Multi-Pack, Blister-Pack, Starter-Pack packen wir jetzt aus. Ich hoffe, dass ich euch die ganzen Produkte alle einmal auspacken kann. So, oh, die Front-Page. Die Front-Page mit Sepp, mit Mick, mit Luis, mit Valtteri. Huh. Schon geil. Also ich verfolge Formel 1 schon sehr gerne. Sonntag sich da hinzusetzen und Sonntagnachmittags einfach nichts zu machen und einfach auf dem Sessel, auf der Couch zu liegen und einfach nur den Motorengeräuschen zu lauschen, ist halt schon sehr geil. Und ist halt auch, aus meiner Sicht, dieses Jahr und letztes Jahr halt auch sehr, sehr spannend gewesen. Ähm, und vor allem den Mick fahren zu sehen, Mick zu unterstützen, auch wenn es ja, noch nicht so rosig läuft, sage ich mal, letzte Woche. Ähm, ja, schon sehr, 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 sehr bitter. Ah, lol, das ist so ein Ding. Das ist eine XXL-Karte. Das ist eine XXL-Hero-Karte von Max Verstappen. Ja, wo mache ich denn die jetzt schon wieder hin? Die mache ich ganz vorne rein, dass die nicht kaputt geht. Weil es gibt halt keine, ich kann die ja nicht hier, geht ja nicht. Deswegen mache ich die hier schön gesichert rein. Zack, dann geht sie da nicht so wirklich kaputt. Sammlermagazin und Spielfeld packe ich auch hier vorne rein. Dann haben wir eine schöne Unterlage, wo wir jetzt das Pack auspacken werden und das Pack auspacken werden. Aber wieso das so ein weißes Pack ist, weiß ich nicht. Und das ist, ach hier, hier ist mit der limitierten Auflage mit drin und hier ist das normale Pack oder was? Wir schauen mal. Wir schauen uns die Karten mal an. Wir starten mit Team-Captain vom F1-Hars-Team Günther Steiner. Dann gibt es auch wieder die Live-Action-Karten hier vom Saudi-Arabien-Grand Prix von Esteban Ocon. Feier ich. Also designtechnisch Karten finde ich cool. Natürlich, es stehen Werte drauf, aber ich sammle diese Karten trotzdem gerne. Ich sammle auch gerne Match-Tags. Ich sammle auch gerne Panning-Sticker. Ja, Gastly Live-Action. Und dann geht es los, oder was? Nee. Dann haben wir hier eine Strategie-Karte Dwar. Dann haben wir die Base-Boost-Karte, DRS-Strategie. Dann Pit-Stop. Dann Agent plus 5 Millionen. Dann haben wir die rote Flagge. Dann haben wir das Safety-Car. Das sind alles Strategie-Karten hier. Dann Slow-Pit-Stop, Race-Kollision. Und dann sind hier einmal das Williams-Logo und dann noch ein Sergio Perez als Race-Winner 2021. Sergio Perez. Was sagt ihr zur Serie? Ich feier sie. Vor allem natürlich für die Formel-1-Fans ist diese Serie schon extremst geil. Und wir haben hier einfach einen Boah, 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 boah. Das ist halt schon extremst geil, ne? Ein Sebastian Vettel als Gold-Limi. Und einen Landon-Nois als Diamond-limitierte Auflage. So, dann haben wir hier noch das Ferrari-Auto. Also das Ferrari F1-K. Dann Westi, Esteban Ocon und das Team-Duo von Red Bull mit Max Verstappen und Sergio Perez. All in all, eine gelungene Serie. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe, aber wir werden natürlich in den nächsten Tagen mehr sehen. Das ist klar, das verspreche ich euch. Lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Das war das Formel-1-Tobode-Decks 2022-Mega-Starter-Pack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus und haut rein. Tschüss! Ich bin raus. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020